Ich habe im vergangenen Monat März 2021 ein Buch gelesen, das war sehr schön, aber auch sehr langweilig. Dann habe ich den Herrn der Ringe weitergelesen und ich habe noch einen sehr, sehr spannenden Psychothriller gelesen. Und damit viel Spaß mit dem heutigen Monatsvideo März 2021. Ja Leute, wundert euch nicht, ich habe hier noch als Reservemikrofon mein Handy, das ist jetzt ein bisschen nervig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Mikrofon bis zum Ende der Aufnahme durchhält, oben auf der Kamera drauf. Aber ich möchte nicht riskieren, nachher beim Schnitt zu sitzen und alles hier umsonst aufgenommen zu haben, weil am Schluss kein Ton da ist oder so. Deswegen zur Reserve hier mein Handy noch. Genau, angefangen hat im März für mich alles mit dem Herrn der Ringe wieder. Habe ich ja schon im letzten Video quasi gesagt gehabt, dass ich das nicht ganz fertig geschafft habe. Ich war ungefähr bei der Hälfte und ich hatte ja gesagt, dass die erste Hälfte quasi nur daraus bestand, dass Frodo nicht vorkam. Ja, die zweite Hälfte bestand dann eben nur aus Frodo und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich ja schon gesagt habe, dass für mich Frodo und der Ring und eben Sam auch und Gollum so irgendwie halt diese Treiber der Geschichte sind. Es war dann so, dass ich den Teil mit Frodo deutlich besser fand als in die erste Hälfte so, aber halt jetzt auch nicht besonders spannend. Was aber natürlich auch dem Fakt geschuldet ist, dass ich die Filme schon kenne, die Handlung kenne ich. Ich habe die Filme sogar erst vor kurzem nochmal gesehen. Vielleicht wäre es nochmal was anderes gewesen, wenn es schon länger her gewesen wäre. Aber ich fand es immer ganz interessant, weil es halt nochmal eine ganz andere Sichtweise ist, das Ganze in Buchform zu lesen. Manchmal sind Ereignisse anders irgendwie erzählt oder es ist einfach nochmal was ganz anderes. Es war nicht unglaublich spannend jetzt, weil ich kann es wie gesagt, aber es war ganz interessant zu lesen. Dennoch habe ich danach erst mal was anderes gelesen. Kennt ihr ja schon, habe ich ja schon gesagt, ich möchte nach einem Herr der Ringe Buch erst mal was anderes lesen, weil dann doch die Sprache so alt ist und zähl, dass man dann erst mal wieder das Bedürfnis hat, was Moderneres zu lesen. Zumindest geht es mir so. Und da habe ich mich dann für Dean Kuhns entschieden. Den ersten Dean Kuhns Roman, den ich jemals gelesen habe und zwar Die Anbetung. Und Leute, ich weiß bis heute nicht, warum dieses Buch Die Anbetung heißt. Ich checke es nicht. Bitte erklärt mir das in den Kommentaren, wenn ihr das Buch gelesen habt. Es geht darin um einen jungen Mann namens Odd Thomas. Odd, wie das englische Wort für merkwürdig. Schon allein das ist ein bisschen lustig. Das ist ein recht einfältiger Typ, der aber super sympathisch ist. Der gefällt mir richtig gut. Das ist aus seiner Perspektive geschrieben. Es ist im Grunde, er schreibt dieses Buch, was ich auch wieder super cool finde. Ich finde ihn super sympathisch. Er ist so auf seine einfältige, bisschen naive Weise super sympathisch. Aber er ist auch eigentlich super intelligent. In manchen Aspekten ist er viel intelligenter als jeder andere Mensch auf der Welt gefühlt. Und das gefällt mir richtig gut. Das ist eine super schöne Kombi irgendwie. Er hat eine sehr merkwürdige Fähigkeit. Und zwar kann er die Toten sehen. Und das ist auch was, was mir an dem Buch gefallen hat. Und zwar, wenn jemand stirbt, dann geht er nicht direkt ins Reich der Toten quasi über. Sondern wenn er es nicht schafft, das Leben loszulassen, dann wird er für alle Ewigkeit weiter auf der Welt wandeln müssen. Als ein toter Geist, den niemand wahrnehmen kann, außer eben Odd Thomas. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Sichtweise. Also erst wenn man es schafft, damit fertig zu werden, das zu verarbeiten, dass man jetzt eben nicht mehr am Leben ist, dann kann man erst weiterziehen. So wird es immer beschrieben. Das fand ich richtig interessant. Und wie gesagt, der Charakter von Odd Thomas hat mir gut gefallen. Auch seine Freundin hat mir gut gefallen. Aber jetzt kommt das große Problem, Leute, warum dieses Buch zwar sehr schön ist, aber auch sehr langweilig. Ey, die Handlung. Bitte. Also es geht dann quasi damit los, dass in die Stadt, wo Odd Thomas lebt, ein merkwürdiger fremder Mann kommt, der von Scharen merkwürdiger Wesen umgeben ist. Sogenannte Bodaks. Und die sind Vorboten von etwas sehr Schlimmem, was passieren wird. Also die kennt Odd schon. Also immer mal wieder sieht er so Einzelne davon und dann passiert irgendwie ein bisschen was Schlimmes. Und jetzt sieht er eben diesen fremden Typ und der ist umgeben von Hunderten von diesen Viechern. Also er weiß, da wird etwas Schlimmes passieren und will dann halt herausfinden, was passieren wird und will das dann halt verhindern. Und das ist dann halt einfach eine sehr uninteressante Story, finde ich. Also die Ausgangssituation ist sehr spannend, dass er diese Viecher sieht, die irgendwie Vorboten von was Bösem sind. Aber dann die Handlung selbst ist dann irgendwie ziemlich langweilig. Es geht nur darum. Es ist so ein bisschen blöde Ermittlungsarbeit einfach. Und ja, mir gefällt der Charakter, das ist von Odd Thomas. Es kommen immer wieder unterschwellige Witz und Humor vor. Der Schreibstil ist super gut, der gefällt mir. Es ist humorvoll, es ist irgendwie interessant geschrieben und interessante Ausgangssituationen. Aber die Handlung ist halt einfach super langweilig. Und das hat dazu geführt, dass ich für dieses Buch ziemlich lang gebraucht habe. Mit seinen 400 irgendwas da hinten, 470 Seiten. Und das fand ich dann doch einfach sehr enttäuschend, muss ich leider sagen. Das Ende war von der Handlung her sehr zufriedenstellend. Aber es gab auch was sehr, 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 sehr Trauriges, aber auch unfassbar Schönes. Boah, es ist einfach, es nimmt einen einfach mit und es packt einen emotional. Diese Figuren und diese Ausgangssituation, die Rahmenhandlung, die packt einen, finde ich, super. Aber die Haupthandlung, worum es so in diesem Buch geht, das ist einfach sehr schade, dass die mich nicht gepackt hat. Vielleicht geht es euch da anders. Dann habe ich den dritten Band vom Herrn der Ringe angefangen. Und das ist der dünnste von allen dreien. Das ist die Rückkehr des Königs. Und alter, war das langweilig, ey. Ihr seht hier vielleicht auch schon, ich habe es noch nicht mal zu Ende gelesen, weil ich es zu meiner Schande abgebrochen habe. Ich fange aber von vorn an, es beginnt wieder damit, dass Frodo gar nicht vorkommt, dass es wieder von der Struktur genau gleich, ab der Hälfte kommt Frodo dann wieder vor. Aber davor ist es einfach scheiße langweilig, weil es gefühlt nur noch um Krieg geht, um Schlachten. Und das, ich meine, es ist irgendwo vielleicht ganz interessant und so. Und vielleicht würde es mich mehr packen, wenn es in einer modernen, einfacheren Sprache geschrieben ist und nicht so ausführlich. Aber es ist einfach scheiße langweilig. Ich musste mich da so durchquellen. Habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich muss es nur bis zur Hälfte schaffen. Dann kommt wieder Frodo und dann wird es wieder besser. Es war ab dem Moment, wo Frodo vorkam, wieder besser, aber auch nicht wieder richtig gut. Das war halt ein bisschen schade. Es ist einfach wirklich doof, dass ich die Filme erst vor kurzem gesehen habe. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich es jetzt abbreche, aber nicht abbreche, sondern nur pausiere. Und ich habe mir jetzt noch nicht vorgenommen, wann ich es weiterlese. Ich möchte erst mal ein bisschen mehr Zeit wieder ins Land ziehen lassen, bis ich die Filme nicht mehr so unfassbar präsent habe. Das kann jetzt schon sein, dass es mal ein paar Monate dauert. Und dann will ich es auf jeden Fall noch zu Ende lesen. Das steht schon mal fest, weil ich will es jetzt nicht so stehen lassen, dass wenn Leute mich fragen, hast du eigentlich Herr der Ringe gelesen, dass ich dann sagen muss, ja, aber nicht ganz. Ich habe kurz vorm Ende abgebrochen. Also ich werde es definitiv noch weiterlesen. Ich finde die Handlung ja immer noch interessant mit Frodo im Ring. Aber es ist einfach so, dass ich die Filme gerade erst gesehen habe. Und das war halt einfach dumm, dass ich die kurz vorher gesehen habe. So, und dann habe ich zum Schluss vom Monat März noch von S.K. Tremaine Stiefkind gelesen. Ja, es geht in dem Buch um die Hauptfigur einer jungen Frau namens Rachel, die mit ihrem Traummann jetzt verheiratet ist. Wohnt da mit ihm und seinem kleinen Sohn Jamie. Also sie ist jetzt die Stiefmutter und Jamie das Stiefkind. Und wie der Titel schon sagt, spielt das Stiefkind eine größere Rolle. Er sagt irgendwann, dass er Rachels Tod sieht. Er sieht, dass sie sterben wird. Und das ist dann natürlich ein bisschen merkwürdig. Man fragt sich, wie kann das sein? Man muss noch dazu sagen, Jamies Mutter ist vor einiger Zeit gestorben. Also es war jetzt irgendwie keine Trennung oder so, die ist gestorben. Und damit muss er natürlich auch fertig werden auf seine Weise. Und das spielt definitiv eine sehr zentrale Rolle. Also die Psyche spielt eine große Rolle, was mir sehr gut gefällt. Und es war einfach super, super spannend, weil du es... Ich will einfach nichts zur Handlung sagen, aber es ist super twisted. Du hast zwar den Großteil der Story aus der Sicht von Rachel erzählt, aber dann kriegst du hin und wieder auch mal Passagen aus der Sicht von David, dem Ehemann. Und egal, in welcher Sicht du gerade bist, du hast das Gefühl, derjenige ist im Recht und mit dem anderen stimmt irgendwas nicht. Und das fand ich super gut gemacht, weil das hast du ja auch in anderen Büchern öfters mal. Aber eigentlich nimmt man immer irgendeine Position ein. Und hier war zwar auch eine kleine Tendenz zu Rachel, aber im Grunde hast du dir immer wieder gedacht, oh Gott, ich habe einfach gar keinen Plan. Und dann kamen immer wieder irgendwelche übernatürlichen Sachen. Und du hast dir gedacht, wie kann das sein, wie kann das sein? Hat das am Ende eine übernatürliche oder eine realistische Erklärung? Und super spannend einfach. Ich habe das auch super schnell durchgelesen, innerhalb von ein paar Tagen auf jeden Fall. Und das Ende hat mich definitiv überzeugt. Spannendes Buch, definitiv zu empfehlen für alle, die Nervenkitzel mögen und die das Ungewisse mögen. Es geht halt so um so ein zerrütteltes Familienverhältnis auch. Es geht so viel um Menschlichkeit, um die Psyche auch. Und ja, wenn euch das sowas gefällt, dann kann ich es euch definitiv empfehlen. Mir hat es richtig getaugt. So, das waren meine Bücher aus dem Monat März. Ich werde im April auf jeden Fall wieder mehr von Stephen King lesen. Ich habe jetzt drei Bücher von Stephen King, die ich lesen möchte, weil ich in letzter Zeit so wenig von ihm gelesen habe. Und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und das war es jetzt von mir. Ich habe jetzt genug geschnattert. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auch mal auf Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.